Feuerwehr. Geht links ab, der Weg, der Loch. Ist er eingeklemmt? Ja, das ist eine gute Idee. Ich hab die Schnauze hier verstanden. Ja, die hab ich verlaufen. Kannst du den nicht ziehen? Alleine drücken? Ja, aber. Ob er ihn mal drauf müsste, nicht? Der kommt schon. Der hat ja gerade schon mal draus gestorben. Der bewegt ja den hier. Mogli! Komm her, Mogli. Komm, Leckerli. Na komm. Lässt du ein bisschen Schatz alleine? Ja, Mogli. Halt ihn fest, dass er wieder reinigt. Du siehst hier vielleicht aus. Oh, Mogli, komm mal her. Nimm ihn da los. Nimm ihn auf den Arm. Nimm ihn auf den Arm. Versicherungssumme. Sascha, willst du immer? Wie ich dir übt das hier? Oh, mein Schatz. Ja, ist noch gut. Komm, du bist ein Leckerli. Komm, 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 warte. Komm, leckerli. Komm, du bist ein Leckerli. Komm, du bist ein Leckerli. Komm, du bist ein Leckerli. Oh, mein Schatz. Oh, du bist ein Leckerli. Oh, das Herzchen geht. So, das ist ja jetzt toll. Vielen Dank. Ach, du bist ein Leckerli. Oh, du bist ein Leckerli. Vielen Dank.